Hallöchen Leute, wir heißen euch, willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Don't Starve Together im Multiplayer. Äh, im letzten Part, da wurde ich wieder wiederbelebt mit dem guten Kunden, die das verkauft hat, das war sehr freundlich von dir, danke dafür. Kein Ding. Und in diesem Part, also ich hab im letzten Part auch Rohstoff gesagt, in diesem Part werde ich jetzt erstmal hoffen, dass ich nicht sterbe, was eine ganz coole Sache wäre, und mir Rüstung und Shit machen. Und dann, wenn ich Rüstung und Shit gemacht habe, dann müssen wir auf jeden Fall versuchen, irgendwie... Nein! Ich war doch... Ich, ich pflanze doch Bäume nach! Alter. Was ist denn sein Problem? Alter, ich hab da schon... Jetzt verfolgt der mich wieder, ich hab 11 AP. Ich bin tot, wenn der mich kriegt. Der kriegt mich ja nicht. Och, Morg, ich hab... Ich komm zur Basis, hier liegen ein paar Cones, schau mal, hier liegen zwei. Mein Inventar ist voll, ich kann jetzt auch nichts aufnehmen. Ja, aber warum? Ich hab doch nur... Geht ab, Alter! Ich hab mir gerade meine coole Goldachs gemacht. Warst du immer... Alter, hier liegen überall so Cones rum, Kordel. Ja, weil ich gerade da gefällt habe, drei Bäume. Ich seh schon. Hi, Baum. Ich mach mal ein bisschen Feuer. Cool, oder? Warte, dass er dich nicht angreift. Der greift mich nicht an, der ist cool mit mir. Der hat nur dich echt gefressen, Kordel. Ich find das so unfair. Kann ich echt nicht ausstehen, der Kollege. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn so... Wirklich, das ist doch hier auch... Das ist auch ein bisschen die Mobbo und so. Spür sie mit dem MOP, Alter. Ja, was mach ich jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, er hat auch gehört. Ja, also. Ja, dann nimm du mal hier die Scheiß-Axt. Komm, nimm mal. Ich glaub, die hält länger. Ich glaub, das ist hier, guck mal. Bleib mal ganz ruhig. Ich brauch ne Rüstung. Ach so, ja, ich ja. Troll roll. Ach so, im Schlafsack. Mann, Alter. Was ist denn los mit diesem Leben? Was machst du da? Ich hab mir nen Sperr gemacht. Hä, wo mach ich denn die Holzrüstung? Korne? Bei Pfeil. Locksuit. Ich brauch zwei Seile dafür, alles klar. Nicht raus. Alles klar, ich seh schon. Ich muss, ja, ich muss Bäume fällen. Ich, was mach ich denn jetzt? Verahnung. Hoffen, dass der... Oh Gott. Den Einbruch habe ich jetzt natürlich... Oh fuck, wir haben die gar nicht gedüngt, die Büsche. Entschuldigung. Schon gut. Enttäuschung bin ich von dir ja schon gewohnt. Äh, schon okay. Ich will keine Wohle. Oh, wo ist das zweite Seil hin? Siehst du irgendwo ein Seil rumliegen? Eventuell hinter dem Zaun. Alter, da ist ein Truthahn. Was mach ich damit? Warte, ich hab ein Barry. Okay, also Barrys. Warte. Bringst du ihn um? Ganz klar. Hier kommt der Truthahn. Er kommt. Alter, hol ihn den Kopf ab. Nein! Doch, ich hab ihn. Ich hab ihn. Scheiß, gut ab. Alter. Das ist schon wieder dunkel. Warum ist er schon wieder dunkel? Da liegt noch was. Noch was? Ja, doch. Das ist noch ein. Drumstick. Ja. Drum solo. Ich habe eingetört. Was ist dieses Rot? Weißt du das? Ja, das Zeug ist schlecht geworden. Das kannst du wegwerfen. Ach so. Rot bringt nichts. Ich wollte das mal essen. Habe ich ja mal gegessen. Er wollte es mal essen. Oh, das sieht doch gut aus, das Essen. Das sieht doch gut aus. Hey, warum habe ich... Ah, Moment. Cut Reed hast du gesucht und ich hatte Grass. Wollte gerade sagen, warum war ich hier? Ich hatte so viel davon. Wieso kann ich ja nichts gucken? Weiß ich nicht. Hör mal auf zu laufen, Malta. Du bist nicht, Malke. Okay. Ja, jetzt... Kannst du mal Holz fällen? Ich habe wohl viel Holz gefällt. Wie viel hast du denn? Wie viel hast du denn? Ach so, ist schon gekocht. Wie viel ich habe? Äh, 21 aktuell. Ich habe ja aber auch Rüstungen und Shit gemacht. Ja, ich brauche auch eine Rüstung. Ich bin fast tot. Wie kann ich denn mein Leben aufhören? Das ganze Spiel macht mich fertig, komplett. Ich bin auch fast tot, Kornel. Blumenessen bringt was für die Leben. Ich habe jetzt 15, dann... Ja, es bringt eins pro Blume. Ja, hast du 100 Blumen? Und Honig. Äh, aus Honig kann man dann auch Heilung machen. Ja, wo sollen wir Honig herkriegen? Von den Bienen? Ja, die töten uns doch. Shit, haben wir noch Kacke? Ja, da haben wir noch Kacke. Ja, haben wir noch. Dann düng du mal, du bist hier gerade an der Kiste. Okay. Wie geht das? Die Bären oder die... Ja, mit der Kacke. Einfach rechtsweg auf die Büsche. Fertidizize. Einer muss jetzt auch losgehen und Kacke holen, Kornel. Ja, gut. Willst du der Kacke-Mann sein? Ja, mach das. Ich koche mir jetzt noch mal was. Es gibt übrigens Rezepte. Und wenn man etwas kocht, ohne dass es ein bestimmtes Rezept ist, dann werden das halt zufällige Sachen. Das heißt, es wäre schlau, sich mal die Rezepte anzugucken. Ja, ich meine, sollten wir uns da mal ein bisschen schlau machen, was das Spiel angeht. Dieses Spiel muss man doch auch mal irgendwie von alleine lernen können. Ja, kann man auch, aber man muss halt dann oft sterben dafür. Ich habe schon wieder die scheiß Meatballs, Alter. Alter, Meatballs sind voll super. Ja, irgendwo schon, aber irgendwo auch nicht. Ich meine... Ja gut, ich hätte lieber einen Blumenkohl oder so. Ich bin Mock, ich mache mal... Ich bin Kohl, ich hätte lieber Blumenkohl. Machst du Blumenkohl? Äh... Ja. Oder noch wichtige Frage, Cornel. Was hältst du von Rosenkohl? Oh, nee, Rosenkohl nicht. Aber Blumenkohl ist super. Blumenkohl mag ich ganz gerne. Alter, Rosenkohl ist der Shit. Das sind mir gerade von vielen Leuten, die ich verstehe. Hier, guck mal, ich gebe dir jetzt die Goldachs. Nehm die und... Kannst du mir eine Holzrüstung machen? Hm, na. Da werden jetzt hier die Musik angemassen. Hört man das? Ne, Musik. Äh, also noch... Hast du noch einen Cut Grass? Äh, Cut Wheat für mich? Cut Grass? Ja, hab ich. Braucht nämlich noch eins. Okay. Okay. Schnell. Ich muss auf... Ich muss, äh, Scheiße holen. Ach, du gehst Kacke holen? Ja. Okay, hier. Haben wir noch gerade so abgemacht. Sieht bestimmt gut aus an dir, mein Schatz. Dankeschön. Abschiedskuss. Dankeschön. Abschiedskuss. Dankeschön. Okay. Kürst seine Knochen da oben, Alter. Buh. Komm bitte nicht die nächste halbe Stunde zurück. Pilzungeloblichkeit. Nein, he's doing what he loved. Being hurt by darkness. Ja. Er ist dabei gestorben, als er das getan hat, was er am meisten liebt. Vor der Dunkelheit verletzt werden. Dieser Pilz der Unglaublichkeit. Das ist ein verrückter, sag ich dir. Das ist ein crazy Let's Player. Total crazy. Was passiert, wenn ich so eine... Kann ich die Bienen einfach angreifen? Nee, oder? Klar. Also so ein Bienenstock. Klar. Nein, kann ich nicht. Natürlich. Ja, was... Ich glaube, die hat Honig. Nee, doch nicht. Natürlich haben die Honig. Ich muss den Bienenstock kaputt machen. Dann... Dann kommen da halt... Die töten mich doch, oder nicht? Die bringen es nichts raus, Bienen. Sind jetzt nur bedingt stark. Aber wenn du... Nur... Wenn du nicht genug Herzen hast... Also wenn du nicht volle Herzen hast, dann würde ich sowas aber eh lassen. Weil das ist dann echt riskant. Ja. Ich dachte, die Biene wäre tot. Ich würde jetzt übrigens ganz viel Blumen pflücken, um mich aufzuhallen. Und Rocky möchte mich hinzufügen. Als Freund. Tut mir leid, Rocky. Ich weiß nicht, wer du bist. Insofern habe ich das Gefühl, wir sind nicht wirklich Freunde. Ich glaube, wir werden auch keine. Es tut mir echt leid. Meinst du? Naja. Das heißt, Riki kann eigentlich nur sein. Nimm ihn mal an. Du sollst jetzt spielen. Nimm ihn sowieso nicht an. Ja, das dachte ich mir. Nimm niemanden an. Nirgendwo. Ich bin da eiskalt. Nicht lauwarm, sondern eiskalt. Ich töte gerade Biene. Wir sind alle stolz auf dich, Korda. Die halt so einzeln rumfliegen. Alle stolz auf dich. Alter. Du tägst schon wieder so Bullshit-Wölfe unterwegs. Ich glaube, die chillen hier in der Gegend. Das ist so ihre Hood. Jetzt sagen wir nicht, die kommen Wölfe. Nö, da ist einer. Aber die töten mich doch. Alter. Stirb, du Haufen, Scheiße. Du kannst... Du sagt, stirb. Du kannst gegen die kämpfen. Klar. Er ist tot. Ich hab Monster-Meet bekommen. Ja, damit könnten wir uns mal ein Schwein holen, um das töten, oder? Wir können uns ein Schwein mitnehmen, damit das für uns kämpft immer. Oder so. Gott, das ist herbärmlich. Ich muss Blumen fressen, damit mein Leben ein bisschen aufgefüllt werden. Ja, aber ich auch gerade. Wir haben 26 jetzt. Ich auch! Mann! Was ist ein Zufall. Was ist ein Zufall? Das ist lustig. Ha! LOL! Ich hab geroffelt. Ich hab gedotert. Na ja, muss ich da übertreiben. Ich würde so gerne mal hier so ein Bienending kaputt machen. Was kaputt? Ich hab schon mal eins kaputt gemacht. Aber die haben nur 26 Leben. Du bist erst da dein richtiger Mann, wenn du so ein Bienenteil kaputt gemacht hast. Mhm. Hier fliegen so viele Bienen rum. Mhm. Der Wahnsinn. Alter, und ich bin hier schon wieder so viel Stuff zum Essen, Kornel. Das ist gut. Warum bin ich nochmal ursprünglich hier rausgegangen? Weiß nicht. Ich wollte, glaube ich, Büffel-Scheiße sammeln, hab aber noch nichts gefunden. Genau, und ich wollte mich darauf vorbereiten, dass ich da mal losgehen kann und irgendwie Büffel jagen. Aber wir haben jetzt die Thermal Stones. Dann hat alles Kornel. Ich glaube nicht, dass wir da... Oh, ich hab wieder richtig dick Berry-Busches, Mann. Echt? Ja. Aber die wachsen da nicht, oder? Ich wollte genug Stuff sammeln, damit ich auch ordentlich Hasenfallen bauen kann. Ach, genau. Zweige und äh... Ne, jetzt Dings brauche ich dafür. Fein Karotte, dich Essig. Oh, ne Möhre. Ich hab mal wieder ne Möhre gefunden. Ich will die ganze Zeit Möhren. Ja, du bist ja auch hohn. Du bist aber M.O.P. Männlich. Schön für dich. Ziemlich männlich, Alter. Weißt du, was auch männlich ist? Ja, ich... Ne lange, harte Möhre in den Mund zu nehmen. Boah. Stell mich an Isaac Pattenkorn, erzählt er, dass die Currywurst lang und hart war. Mhm. Moment, sie war ganz hart, nicht lang. Ne, lang war sie nicht. Die Länge bleibt der Fantasie des Zuschauers überlassen. Und meine Fantasie hat mir gesagt, dass das ein ganz schön langes Ding in der Aluschale ist. Vor allen Dingen in der Aluschale. Ja, war das in der Aluschale? Ja, schon, aber... Ja. Ja. Voll am Freuen. Ja. Vielleicht zu erheitern. Ich fresse sie erst mal die ganze Zeit, diese scheiß Blumen. Ich hole mir auch ganz viele. Ja, ich glaube, das ist gerade erst mal das Beste, weil sonst bin ich halt einfach die ganze Zeit blut wie tot. Das bringt ja auch. Ja, wir können da nicht kämpfen so, weil das ist halt echt riskant. Weil auch wenn du eine Rüstung hast, ein bisschen Schaden nimmst du immer an dein Herzen auch. Ja, ja. Und wir müssen auch kämpfen, vor allem die Hunde können jederzeit wiederkommen. Es kann auch Vollmund sein und dann kommen die Schweinchen. Richtig. Weil die kleinen Schweinchen kommen, weil so ein Problem. Ja. Deswegen laufe ich hier gerade rum und sammle immer ordentlich. Kannst du nämlich nicht einfach so wegpusten. Es ist aber jetzt Nacht, ne? Also pass auf dich auf, bitte. Okay. Machst du dir Sorgen um mich? Nein, um die Sachen, die du trägst. Er macht sich Sorgen um mich. Oh, die Nacht wird länger, Cornel. Ja, ich hab's gesehen. Alter. Voll viele Blumen hab ich gefressen. Er wird jetzt 45 Leben wieder. Ich hab so ein Honigding angegriffen. Da sind ganz viele Bienen hinter dir her. Nein. Doch. Ja, das auch, aber ich... Die machen nicht so viel Schaden. Aber es ist jetzt dunkel, jetzt seh ich natürlich nichts. Ähm. Boah, Leute, wisst ihr, was gerade ein Problem ist? Ja, was denn? Nein. Ich mein aber jetzt die Zuschauer. Der Part nähert sich jetzt tatsächlich von der Zeit ja schon langsam wieder dem Ende. Und ich hab nicht das Gefühl, dass wir aufhören werden aufzunehmen. Das heißt, eure Tipps, wir können wieder ewig nichts davon umsetzen. Ähm. Es tut uns ja so leid. Ja, vielleicht machen wir noch einen. Ich denke, wir werden bis zum Winter überleben und dann werden wir jemalig verrecken. Und dann, Leute, dann können wir nochmal alle zusammen richtig reinmachen. Ich würde nochmal neu anfangen. Ja, natürlich. Das gehört jetzt, ich mein jetzt, dieses Spiel ist so... Ach, es macht so süchtig, ist so schlimm. Ja, vor allen Dingen, wir sind ja... Oh Gott, Feuer geht aus. Ja, ich bin, ich laufe gerade noch. Das ist schön für dich. Ich meine, wir sind ja auch wieder schlauer geworden. Das muss man ja, das stimmt. Das muss man ja einfach mal sehen. Was stimmt. Alter, hier ist irgendjemand Musik an Verlaut. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme so. Ey, ich hör nichts. Für eine türkische... Bauchtanzmusik, glaube ich. Kannst du auch tanzen? Äh, mein Bauch kann tanzen, ja. Ja, was für den Bauch tanzen kann, dachte ich mir. Meiner auch. Nee. Hör auf zu lügen, Kornel. Ich bin nicht so der... Wobei, ich bin schon ein guter Tänzer eigentlich. Höh, höh, ist er gar nicht. Höh, ist er dick. Höh, höh, höh. Das hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber es spiegelt meinen Gedankengang doch ganz gut wieder. Ja. Wisst ihr, so lange... Höh, 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 höh. So lange ich... So lange ich mit meinen Tanzkünsten Frauen in mein Bett kriege, da ist okay. Das ist ja familienfreundliche Unterhaltung, Arschloch Also fick dich Halt dich mal zurück, okay? Also, ich möchte kurz erwähnen Ich hab so ein Honigdingenscheiße kaputt gemacht Das Problem ist nur Dabei ist mir ein Missgeschick passiert Und dann wurde es angezündet Oh, Schweinchen Schweinchen, nehmt mein Monster-Meet Hier Und jetzt töte dir die Spinnen für mich Alter, sind voll viele Spinnen Los, der Schweine Das sind richtig viele Spinnen Die töten meinen Schweini Nee Alter, ich werd denen bestimmt nicht helfen Ah, ich bin so dumm, ich hab meinen Schwer gar nicht mehr an Alter, Korne Was denn? Kannst du nicht vorstellen, wie viele Spinnen hier gerade unterwegs sind Alter Alter Alter, 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 alter Lauf Lauf, verdammte Scheiße Du bist doch schneller als die Ja, ich weiß Ich bin aber auch kurz ein Spinnenweber Alter, Korne Hast du schon mit dem Anblick gesehen Von 30 Spinnen auf einmal? Äh, na, ich glaube nicht Alter Leute Schreibt mir Okay, ich hab so ein Dirt-Pile Ähm Das zeigt darunter Okay, ich versuche jetzt mal Diesen komischen Koala-Fun zu finden Ich muss dazu ein Spinnen wieder, oder? Ich weiß ja, dann drehe ich wieder um Es geht zu den Spinnen Jawohl, nee, es wird knapp ein Spinnen vorbei Scheiße Na, es wird zu den Spinnen ohne mich Wobei mit mir Ich darf da nicht reingehen, aber da liegt was Hab es weiter erklärt, hab es weiter erklärt Ich geh wieder Sehr gut Wobei euch zwei bringe ich um Ich hab Honig, ich hab Honig Alter, du scheiß Spinner Ich hab jetzt eine richtig gute Taktik, um Honig zu fahren Und die wäre? Nooo, wir müssen zusammen Honig fahren Einer muss die Bienen rausjagen Und der andere läuft dann weg Und der andere macht das Ding kaputt Bringt uns Honig viel? Wir können uns damit Heilung machen Ich glaube, es bringt viel So, Conor Ich habe jetzt zweimal, äh, Spider-Cland Sehr gut Spider-Cland, das Zeug, das man für die Wiederbelebung braucht Ich weiß Ich weiß, ob du Bescheid weißt Okay, gut So, dann hat sich der Ausflug doch ein bisschen gelohnt für mich Und vor allem habe ich wieder, äh, 8 Berry-Bushes dabei Darf natürlich auch nicht unter den Teppich gekehrt werden Nein, nein, nein Aber lieber Cornel Ja, ja, ja Nein, Moment, wir gönnen Wir geben uns, ne, Tag 18 werden wir den Part Wir sind auf Tag, wir sind im Tag 19, nur Tag 17 Nein, Tag 19 ist das Wir sind Tag 17 Nein Das ist wie verarschen Da steht Tag 19 Steht Day 7 Hä? Oben rechts? Ja, wenn man mit dem Mauszeiger drauf geht Ansonsten steht der Tag 17 Nee, nee, bei mir nicht Dann hast du irgendeinen Irgendeinen Back Bei dir Alter, Tag 19 Weißt du, dass das, äh, Bullshit jetzt kommen Warum? Ja, wobei wir Alter, wir müssen jetzt Shit Shit Hey, ich brauche jetzt ganz viele Cut, äh, Cutgrass nochmal Ganz, ganz viel davon brauche ich Jede Menge Kategoräse Oh mein Gott, ich bin schon wieder fast tot, ey Hast du noch Blumen? Äh, ja Echt? Die sind hier überall Sammeln mal alle ein, ne? Oh, Honig Wo? Ach, ihr grüßt sich! Hast du, oh, hast du Blumen zufällig gerade im Inventar? Äh, ja Kannst du mir welche rausschmeißen? Also ich bin gerade ziemlich, äh Ah! Die machen, wenn du, wenn du viel Leben hast, tötet dir einfach kurz Wollen wir uns hier, ich, verhungere ich, verhungere ich Alter, ich, äh, oh man Kornel! Die machen nicht so viel Schaden Fuck! Alter, da kommt voll vieler! Lauf! Das reicht, ich bin raus Ja, okay, lauf! Lass mal ein bisschen nach rechts laufen Okay, die kommen nicht mehr Ähm Ähm Na, und wieder ein anderer Bienenstamm Die sind wieder freundlich Auch wenn sie Ne, die eine verfolgt mich zu sehr Lass mich in Ruhe Geh bitte weg Danke Ähm Mein dich, Kornel Ähm, dann bleib mal hier Ich geh aber zum Lager Wir könnten aber noch ein bisschen Honig fahren Äh, ich hab ein Inventar voll Shit Ist es weit bis nach Hause? Nö Ja, lass mal eben nach Hause laufen Und dann, äh Gucken wir mal kurz, ob wir da wirklich was cooles mit machen Machen können Und wenn ja, dann können wir auf jeden Fall mal Honig fahren gehen Ich hab aber auch so zwei Honig, äh Waben Können wir die selbst anbauen? Ich weiß es nicht, Kornel Ich weiß es nicht Ähm Ich weiß nur, dass Honig irgendwie ein großes Ding ist in dem Spiel Also, weil ich hab einmal Honig bekommen Und einmal Honig Komp Also, so Honig Waben Und die kann ich auch Uh, ist das eine Dragon Fruit? Shit Ist es nicht, Spoiler Äh, du hast Kacke, hab ich gehört Aber die kann man kochen, ich weiß nicht Du hast Kacke, hab ich gehört Nein Wie kommst du auf die Idee? Alter, du bist losgegangen, um Büffelkacke zu holen Ja, das hat sich anders entwickelt Ähm Weißt du, wie viel Berry Bushes wir jetzt hier haben Die uns nichts bringen, weil sie gedüngt werden müssen? Nein, weiß ich nicht Ich kann nicht losgehen und die Kacke dann holen Ich kann nach der Nacht auch Kannst du hier kurz irgendwie Feuer machen? Ja, kann ich Ja, ich kann auch erst Oh Der Pflanze jetzt noch an Kannst du keinen Mannstel Feuer machen? Ja, habe ich, komm Mach's mal ein bisschen größer So Okay Okay, ähm Ich gucke jetzt mal, was wir da so Ob irgendwas mit Nimm deinen Schrott auch mal mit Weil so dein Da gewachsen ist Ja, kannst du auch ruhig abbauen Ja, kein Platz mehr im Inventar Ähm Jetzt haben wir ja hier alles in der Nahrungskiste Hm Gar nichts Das ist gut Mhh Willst du das Möchern? Ich, ich, ja, ja Ich, ich sterbe Oh mein Gott Alter Das ist so Dieses Spiel Das macht mich psychisch fertig Mit diesem Scheiß Gegessen und Das geht immer so schnell runter Das ist doch alles Ich, ich sterbe Das ist, ich will nicht mehr Doch, ich will nicht mehr Wo kann ich Jetzt so einen Scheiß Äh Wo kann ich den Honig hin verbauen? Oh, ich hab viel zu wenig Cutgrass Was? Ähm Ich hab noch sechs Stück Dann kannst du irgendwas draus machen Aus dem Honig Ich glaub Heilung Oh, wundervoll Wundervoll, dankeschön Naja, kein Ding, ey Bin ich zu dir, weißt du Und du? Kann ich nämlich noch mehr Fallen auslegen Warum legt hier eine direkt hier vorn? Weil ich die da mal hingestellt hab Weil ich in meinem Inventar war Und ich kann Bock an, dass die da ist Die Fallen sind wichtig, Korne Genauso wie wir sie überprüfen Und erkennen, dass die alle voll sind Ja, hier ist auch noch eine Falle Ja, nimm sie mit Aber ich muss doch jetzt gucken Was wir mit Honig machen können Ja, so kannst du schauen Du kannst aber auch Büffekacke holen Oder Mit den Fallen da mal auch was machen Kehrst du das Fleisch davon? Ja Gut So, Cornel, dann Äh, sind es mir immer noch zu wenig fallen Ehrlich gesagt Wir brauchen da noch mehr Was wirst du jetzt machen? Ähm Wirst du Büffekacke holen gehen, oder? Ja, doch, doch, doch Gut, dann werde ich jetzt noch Ein paar Fallen bauen Einfach noch ein paar Fallen auslegen Damit wir halt dann echt langsam mal Ein bisschen Fleisch auf Vorrat haben Ah, man ey Das ist so anstrengend, das Spiel Ihr macht euch gar kein Bild Macht euch kein Bild Ah, ja, Leute Das war's also bei diesem Park Wir sehen uns demnächst mal wieder Bis dann Macht's gut Tschüss Die